Heiß, heißer, Nase an Eckes. Dass die beliebte Explosiv-Moderatorin mit ihren sexy Schnappschüssen regelmäßig ihre Fans zum Ausflippen bringt, ist kein Geheimnis mehr. Trotzdem schafft es die zweifache Mama immer wieder, uns mit ihren aufreizenden Bildern den Atem zu rauben. So auch bei diesen neuen Schmuckstücken. In einem knappen, olivfarbenen Lederrock und einseitig schulterfreiem und eng anliegendem Oberteil macht die Schönheit mit türkischen Wurzeln ihrer heißen Figur alle Ehre. Ganz schön gewagt, eine falsche Bewegung und der Minirock würde mehr entblößen, als Nazan lieb sein dürfte. Highlights sind wie immer die schlanken und durchtrainierten Beine der 43-Jährigen, die in rockigen Cowboy-Boots in Schlangenleder-Optik gipfeln. Den Fans verdreht das RTL-Gesicht damit völlig den Kopf. Das perfekte, heiße Outfit für deine atemberaubende Figur. Du wirst immer schöner und toll siehst du wieder aus. So hübsch sind nur wenige der zahlreichen Lobeslieder auf Instagram. Ja, Nazan weiß eben mit ihren körperlichen Reizen zu spielen. Dass sie 2014 und 2016 gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Kohl zwei Söhne bekommen hat, sieht man dem schlanken Körper des TV-Gesichts dabei gar nicht an. Wir hoffen, dass uns Nazan auch in Zukunft mit diesen sexy Outfit-Highlights den Kopf verdreht. Und Jugendliche Bürger eine